Und damit herzlich willkommen, liebe Playstation-Freunde, zur Vorstellung des nächsten Playstation 4 Titels im Playstation-Plus-Angebot im Oktober 2018. Wir spielen Rocketbirds Evolution. Und ich überspringe mal diese ganzen Dialoge, ich will euch das Spiel zeigen. Denn das ist schön blutig. So, wir sind Hardboiled Chicken. Und Putzki lebt wieder. Ein herrlich bescheuertes Hühnchenspiel. So, die ganzen Dialoge sind erstmal völlig Wumpe. Die will ich euch nicht zeigen, ich will euch das Spiel zeigen. Ja, das kennen wir alle schon. Wir können auch die Waffe wechseln und so weiter, aber das ist jetzt hier nicht so wichtig. Was an diesem Spiel auf jeden Fall richtig geil ist, ist der Humor. So, den finde ich nämlich richtig geil. Das ist so richtig, kommt so ein bisschen rüber wie dieser Action-Humor aus alten Action-Filmen. So Arnold Schwarzenegger-Zeit und so weiter. Und das macht das Spiel einfach irgendwie witzig. Auch wenn es ansonsten vom Spielerischen her dann eher doch mau ist. Ach, da ist die Karte. Her mit dem Kärtchen. Und so wie jetzt hier gerade läuft, das spielt im Grunde die ganze Zeit ab. So, jetzt müssen wir da ein Loch reinsprengen. Ich will hier auch nur ganz kurz ein bisschen zeigen, wie das Spiel aussieht, wie es sich spielt. Ein bisschen was dazu sagen. Und dann soll es das auch gewesen sein. Und schon ist die Tür gebaut. Oh, Quake, warte mal, ich bin jetzt hier oben. Der Chicken kann aimen, aber kann er aimen, wenn er rüber geht? Let's see, shall we? Go get it, Rick! Und dann der neue Guy. Did you see him run, aim, jump, and shoot? Well, all at the same time. Yeah? Eh, not really. Is it Tomlin? Activate the turret! Das mit dem Ziel ist manchmal noch ein bisschen tricky. Okay, ähm, das ist vergleichbar mit so einem Twin-Stick-Shooter. Wo man halt mit dem linken Stick die Figur bewegt und mit dem rechten muss man dann in die richtige Richtung zählen. So, wollen wir uns mal ein bisschen mumpeln. So. Aber wie gesagt, was halt das Spiel richtig geil macht, ist der Humor. Oh, so, das ist eine Kack-Waffe, deswegen lass ich die... Äh, nee, warte mal, ich tausche sie mal doch aus, aber gegen die hier. Genau, so, die hier ist besser. Na, wo seid ihr denn, kleine Hülchen? Nicht da, okay. Dann halt nicht. Ach, schließlich muss man erst die Karte holen. Aber wir heilen uns einmal hier mit so einem... ...Met-Pack. ...Met-Pack. So. Boah, jetzt liegt die Karte da an so einer blöden Stelle. So. Achso, wir kommen jetzt unten gar nicht mehr rein. Ich muss nach oben. So. Ah, toll. Jetzt muss ich echt erst das... Entschuldigung, hier muss ich mal eben ganz kurz heftig husten. Hört man eigentlich, dass ich total erkältet bin? Oh, mein Gott. Ihr seht, das mit den Zielen habe ich noch nicht gebraucht hier. Ach, sag mal. Ja, du bist so ein Blöde. So. Ähm. Ein bisschen rumpeln. Und da drüben noch mal ein bisschen Heilung. So, Story ist bei dem Spiel eigentlich auch fast zweitrangig, weil... So, jetzt kommt da oben der Große raus. So, dann möchte ich mal ein Adler. Oh. Wer ist das, Chicken? Ich bin... ...Hotboiled Chicken. Mein Name. So. So, jetzt kommen wir auch hier oben rein. So, das Ding müssen wir jetzt einsammeln, denn... Oh, ich glaube, ich habe heute eine Tür, die ich heute habe. Bis das Tür... Oh, es ist er. So, und jetzt, wenn wir einen von diesen Soldaten übernommen haben, können wir den quasi steuern und das Ganze eben abbrechen, wenn wir auf Dreieck und dann danach auf R2 drücken. Ah, das ist ein wichtiges Gameplay-Element, das kommt jetzt noch öfter, dass man eben feindliche Soldaten so ein bisschen übernehmen muss. So, hier müssen wir das jetzt zum Beispiel auch machen. Oh nein, hier ist mein Boss. Obey. Ja, Herr. Oh, und jetzt übernehmen wir ihn und können mit ihm halt Türen aufmachen. Oder eben andere Dinge erledigen. Oh nein. Eben andere Dinge erledigen, an die der gute Hardboiled hier nicht so wirklich rankommt. This kind of beha- Penguin 67. Yes, sir. Ilputzky needs my help. Stand guard and wait for my call. Yes, sir. And make sure, nobody gets through that duct. I was expecting this call. Penguin 67, I need your help. Yes, sir. So, die ganzen Dialoge, die überspringe ich natürlich, weil da bestünde eine gewisse Spoiler-Gefahr. Die möchte ich natürlich möglichst nicht haben. So, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie das hier nochmal war. Ich musste, glaube ich, hier runter. Genau, hier muss ich ihn jetzt stehen lassen. Ah, hoch mit dir. Okay. 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 War das nicht so? Oh, ich habe das nicht mehr im Kopf, wie das... Ne, da kam ich nämlich nicht hin. Wo steht er denn jetzt? Shit, ich glaube, ich habe Mist gebaut. Ne, ja doch, siehst du, ich habe Mist gebaut. So, nochmal das Ganze. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, was ich jetzt hier mit ihm nochmal machen musste. Ne, da komme ich nur mit dem Hardboiled Chicken rein. Scheiße, wie war das jetzt gerade nochmal? Das hier war falsch. Ah, genau, hier musste ich mit ihm hin. So, jetzt ist die Tür nämlich auf. Genau, so. Jetzt beenden wir einmal den Call. Gehen einmal zurück. Einmal runter, nochmal runter. Ja. Und tschüss. So, dafür brauchen wir gleich nochmal ein neues Hühnchen. So, stimmt. Wir müssen jetzt hier lang. Genau. So, da war jetzt nochmal eine Zwischensequenz. Überspringe ich natürlich. So, der ist erledigt. Na, guck mal hoch hier. Dein Schweinchen. So, das müsste es, glaube ich, gewesen sein. Boah, ich hasse diese. Mit ihren Elektrostücken hier. So. So. Jetzt können wir hier links weiter. So, genau. Und jetzt müssen wir... ... ihn hier übernehmen. So, und jetzt muss ich das machen, was ich gerade eben falsch gemacht habe. Ich muss mit ihm jetzt nämlich hier hin. So, wir heilen uns einmal schnell. So. Yes, Sir! Ich muss nämlich auf diesen blöden Fahrstuhl hier rauf. Ey. Also das Zielen ist hier echt nicht so meins. So, ihr seht da hinten überall diese ollen Plakate. Mit Putzki. Das ist quasi der große Oberboss der Büchse. Neben ihm hier. Storm Penguin 44, kill that chicken. Storm Penguin 53 and 54. Replace Storm Penguin 44. Come on, you cannot do that hard to kill. Okay, let's try a different strategy. We'll attack him from above and below. We'll attack him from above and below. Ah, the chicken's too fast! Ah! 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 Freeze! Ah! So, jetzt müssen wir gleich gegen ihn direkt kämpfen. Oh, das ist doch immer noch die Trommel nach uns. weg mit euch so, wobei es das noch nicht endgültig war mit ihm er lebt noch und taucht später nochmal auf aber ich glaube das kann jetzt hier erstmal so bleiben ich bleibe jetzt hier einfach mal in dem Raum stehen das sieht irgendwie ganz cool aus ja, das ist das Spiel was soll ich jetzt dazu sagen ich finde es nett das ist aber auch alles also es hat mich jetzt nicht so gepackt es hat einen unglaublich witzigen Humor das muss ich sagen immer mal wieder so dieser flache Actionhumor den man so aus älteren Actionfilmen zu Arnis Hochzeiten zum Beispiel so kennt und auch Arnold Schwarzenegger selbst wird hier und da so ein bisschen auf die Schippe genommen vor allem in der Hinsicht dass sein doch ziemlich starker Akzent im Englischen so ein kleines bisschen aufs Korn genommen wird in einigen Zwischensequenzen dann im späteren Spielverlauf das finde ich persönlich ganz geil ich liebe diesen Humor aber ich finde das Spiel ansonsten spielerisch eher so mäh von daher soll es das hier gewesen sein ihr habt gesehen wie das Spiel aussieht ihr habt ungefähr gesehen wie es sich spielt das ist im Grunde der gesamte Spielinhalt und den Rest überlasse ich dann jetzt euch damit soll es das gewesen sein ich wünsche euch einen Traum auf den Tag einen schönen guten Abend und die unter Nacht wir sehen uns hoffentlich gleich im nächsten Video wieder bis dann ich verabscheue mich